Im heutigen Video geht es um einen ergonomischen Bürostuhl. Rückenschmerzen gelten in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, als Volksleiden. Gerade für diejenigen, die eben im Homeoffice oder im Büro sehr viel sitzen. Für diejenigen sollte ein ergonomischer Bürostuhl eine Alternative und Überlegung darstellen. Konkret geht es um das Modell von Shio. Wir haben externe Daten für euch analysiert und recherchiert und zeigen euch auch in diesem Video nochmal, wo ihr dieses Modell möglichst günstig herbekommen könnt. Herzlich Willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Den Opfbau müsst ihr eigenständig durchführen, das geht aber Erfahrungen zufolge recht einfach. Der Stuhl kommt also auseinandergebaut daher und muss mit einer bebilderten Anleitung letztendlich zusammengebaut werden. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr je nach Angebotszeitraum außerdem noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Mit dabei bei der Bestellung ist ein deutsches Benutzerhandbuch. Der ergonomische Stuhl soll letztendlich ein gesundes Sitzerlebnis im Alltag erbieten. Im unteren Bereich haben wir dafür eine anpassbare Stütze. Die Position lässt sich beliebig anpassen. Die Rückenlehne kann auch in zwei Positionen gedreht werden. Unten in der Infobox nochmal alle Details und der Link zu dem Ergebnis unseres Preischecks für das beste aktuelle Angebot. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Zudem ist es möglich die Höhe ganz nach Wunsch einzustellen. Die Kopfstütze ist 2D und kann auf und ab bewegt sowie gedreht werden und das optimale Sitzerlebnis lässt sich eben dadurch erreichen, dass man das Ganze so anpasst, wie es einem bequem ist und natürlich auch gesund für den eigenen Rückenbereich ist. Also nicht nur der obere Rücken, sondern auch der untere Rücken werden hier optimal gestützt. Die Armlehnen sind ebenfalls angepasst und sind 3D. Diese können vorwärts und rückwärts gedreht und bewegt werden. Der Stuhl bietet also jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Die Belastbarkeit beträgt 150 kg. Also ist das Ganze auch für schwerere Menschen durchaus geeignet. Auch das Sitzgewebe wird als bequem beschrieben. Besonders vorteilhaft ist die Rückenlehne, die sich in verschiedenen Positionen bewegen lässt und die Stütze im unteren Rücken bewegt sich auf und ab. Auch davon kann der Nutzer letztendlich profitieren, um eben dauerhaft ergonomisch sitzen und arbeiten zu können. Es lässt sich deshalb bei diesem Modell hier sagen, dass das sehr durchdacht aufgebaut ist und wirklich so konzipiert wurde, dass man hier ein ergonomisches Sitzen durch und durch erreichen kann. Derartige Stühle sind definitiv langfristig nicht nur bequemer, sondern auch gesünder. Also ist auch dieses Modell definitiv eine gute Wahl. Nicht nur für diejenigen, die schon Rückenprobleme haben, sondern auch für die, die eben viel sitzen und es vermeiden möchten, hier mit Rückenproblemen sich herumschlagen zu müssen. Der Hersteller bietet zudem eine Garantie bei Problemen mit diesem Stuhl, sodass man hier auf jeden Fall risikolos auch zuschlagen kann. Wir hoffen, wir konnten hier einen Stuhl anregen, der eine gute Investition ist, wie wir finden. Das haben unsere Recherchen und unser Vergleich hier gezeigt. Unterhalb des Videos nochmal alle Infos dazu, der aktuelle Angebotslink und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo und über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.